Servus Leute, hier ist wieder euer Snatch und diesmal wieder mit einem neuen Combat Arms Video und zwar diesmal mit einem Gifter Video und ja, ich habe jetzt ein kleines Problem, ich habe einfach eine richtig geile Sache per Mgegifte bekommen und zwar das Snake Set Package permanent von Showtime CAE und ja, das Ding war, ich habe das direkt gefrappst, bin richtig eskaliert, richtig ausgeflippt und dann habe ich es geöffnet und dann schaue ich mir das Video an und dann merke ich, dass mein Mikrofon stumm war, stumm, stumm, stumm wie eine jungfräuliche Vagina Ich, ich, also, eskaliert, wie gesagt, egal Gut, ich habe jetzt hier auch noch andere Gifts geöffnet, aber erstmal muss ich mich einfach für das scheiß geile Set da bedanken Also, Showtime CAE, danke für dieses hammergeile, einfach nur übelst nice Gift Ey, ich werde das nie vergessen und ich werde dich nie vergessen und ey, das Video gilt jetzt wirklich nur dir Danke für das geile Pack, da seht ihr es permanent, 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 permanent und permanent Ich werde auch eine neue Videoreihe für dich anfangen, die werde ich mit deinem Namen und dem Snake Set benennen Wo ich alles anziehe und dann da mitspiele, ich habe gerade schon eine Runde gespielt und ich sage euch Leute Alter, mit 90 Sprints dein Nima und 12 Speed gammel ich mich da lang Ey, ihr könnt von Ulrich, von der Base A zu B, könnt ihr durch sprinten Das ist Porno, ey Naja, gut, dann waren da noch ganz viele andere Gifts von Lon Einheit, von Cinex, von Ghost Power, von Mycology Von, wen habe ich vergessen, habe ich irgendwo vergessen Naja, danke an alle, die mir da was gegiftet haben Ich werde das Gifter-Video dann auch einfach abbrechen jetzt, weil Ich habe zwar, wie lange habe ich denn hier gebabbelt? Ungefähr, kann ich das sehen? 4 Minuten 50, Alter Naja, ich will das jetzt hier nicht nachsprechen, das ist ja ein bisschen arm, aber Naja, ich habe die ganzen Gifts dann noch geöffnet, habe gesagt, dass ich so eine Videoreihe für dich aufmache, Showtime Und ja, gut, danke für alle anderen Gifts, ich habe von Cinex wirklich viele Granaten bekommen Und ein paar Heartbeat-Sensoren-Dinger von Ghost Power und Lon Einheit, von Mycology in M417 Und ja, dann noch so anderes Zeugs So, ja, gut, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen Mir hat es gefallen, in der Tat, ja Also das Aufnehmen und Ton außen nicht, aber sonst war es alles tipptopp Gut, ich lade das Video jetzt auch direkt hoch How is the eye, danke für die Gifts, danke für das beste Gift ever Und ja, gut, how is the eye Und ja, gut, danke für die Gifts, danke für die Gifts